Hallo G-Crane, wie geht's dir? Willst du mit uns Verstecken spielen und die Zahlen lernen? Sehr gut, dann lass uns loslegen! Okay G-Crane, geh rüber zu dem großen Baum und schließe deine Augen, damit deine Freunde sich verstecken können. Jetzt lass uns deine Freunde finden und deine erste Zahl lernen. Nimm die Nummer 1 mit. Sehr gut G-Crane, du hast Tructal gefunden. Das ist ein Freund. Kannst du noch einen Freund finden? Okay, auf geht's! Sehr gut G-Crane. Krusty ist Nummer 2. Lass uns Nummer 3 finden. Gute Arbeit G-Crane, du hast Torch gefunden. Das macht 3 Freunde. Lass uns jetzt die Versteckte Nummer 4 finden. Großartig, du hast Wheelie-Fund gefunden. Das macht 4 Freunde. Die Versteckte Nummer 5 ist der letzte. Sehr gut G-Crane, du hast Bill Dozer gefunden. Das sind 5 Freunde. Du hast heute viele Zahlen gelernt. Bis bald, meine Freunde! Che재 Druckeskrum. Und bis bald. Gari.